Es hält sich bereit die HV-86, Garni-Mottersau gegen Rohr-Ali bis Dritte. Und es hält sich bereit die HV-87, Siebert-Geiseltal gegen Nabe-Sau-Eis-Mitte. Stuttgart 2, Garni-Mottersau gegen Piku-Spaketol. Stuttgart 2, Garni-Mottersau gegen Rohr-Ali bis Dritte. Stuttgart 2, Garni-Mottersau gegen Rohr-Ali bis Dritte. Bede semi F Want T- minor накi look together for Bohr-Ali bis Dritte. Stuttgart 2, Garni-Mottersau gegen Piku-Spaketol. Nicht slapp! Stuttgart 3, Garni-Mitflanzenau gegen Pritzking. phenomenon, Stuttgart 3, Garni-Motttersau gegenrainien Beiseltal gegen Schüssel-Neunござ法. Was ist das? Auf der Karte 2 geht es jetzt weiter mit der Kampfbarung 87. Siebert bei Sertal gegen Nagel, es baut jetzt Mitte, Kampfbarung 87 zu Karte 2. Siebert bei Sertal gegen Nagel, es hält sich für euch nach 1889, Piet und die Leipzig gegen Nagel, verbleibt sich und nach 1890 eine Schleifküche der Teilen der Leibauer. Bitte verleihen euch. die Leibauer, war der Leibauer, mit der Leibauer, von der Leibauer. Beziehungsweise Von der Leibauer, wie wir es gleich in der Leibauer, Das war's für heute. Schuss, Schuss, Schuss! Selzer Taurach gegen Röthing-Geiseltal. Auf Kommande 1 geht es weiter mit der Kampfpau 88. Pater Gerdau gegen den Zweier Hallen-Neustadt. Kampfpau 88 zur Matte 1. Kampfpau 88 zur Matte 1.